Hallo, 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 hier ist wieder Shoki-Barnoki mit einer neuen Folge On The Road, On The Ich bin wieder hier im Auto unterwegs und ich habe ein Thema mitgebracht, das Thema ist Sätze, die man nicht kurz vor dem Männerurlaub am Telefon sagen sollte, wenn die Frau in der Nähe ist. Die 10 besten Sätze, die uns eingefallen sind im Vorfeld, die wir uns so zugeworfen haben, ich habe sie gesammelt. Nummer 10, Kondome habe ich doch längst eingepackt. Der Klassiker, der kam von mir. Nummer 9, wenn die Kleine hässlich war, will ich am nächsten Tag davon nichts wissen. Ja, das ist wichtig. Er kam von Mark. Der Klassiker, der kam von mir. Ist egal. Von Bujan kam Nummer 8, das merkt ihr doch eh nie. Nr. 7 Nr. 7 Achso, ja genau Von Koks bleibt man Schlangen Nr. 6 Wenn du es dir in den Penis spritzt, dann wirkt es viel besser Wir brauchen nicht sagen, von wem das kommt Ja, ja Wollen wir jetzt Nr. 6 Wollen wir das jetzt so raushauen? Nr. 5 Was heißt auf Schwedisch nochmal Darf ich dir den Stuhl nach Koks schieben? Von wem kam das? Ach ist egal Nr. 4 Hübsch ist mir scheißegal Der ist auf Nr. 4 Ja der ist auf Nr. 4 Nr. 3 Ach scheiß auf Alimente Nr. 2 ist Kampf von Pujan Die sind dabei ihr Geld wert Und die Nr. 1 Absolute Nr. 1 Kampf von Pujan Alt und Fett kann ich ja auch zuhause haben Alter Das waren die 10 besten Sätze, die man nicht sagen sollte kurz bevor man in Männerurlaub fährt und die Frau hört zu am Telefon Das war Shoki Banoki, on the road, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Christian, du hast so viel erzählt jetzt gerade, also Hammer. Ich musste so lachen. Ja, meine Schuhe erzählt. Tschöö. Tschöö. Wie ist die Chillin Intro? Ja. Wie ist die discret pearl? Ich mache das雨 mit ho акjemitzender. ееckere Und Titans consulted mit Dir-Koll honored und Wenig geанс lacking gehört. Untertitelung im Auftrag des WDR!